Guten Morgen! Ja, ich habe heute gerade ein mega geiles Video in meiner Facebook-Gruppe zusammengestellt bekommen von meinem iPhone. Eine Reise mit der wunderbaren Andrea Wochinger und es ist unglaublich, was passieren kann, wenn man hundertprozentig, hundertprozentig für sich geht. In uns Frauen steckt eine Version, die will gelebt werden, die will gezeigt werden, die will gut und richtig sein in jeder Lebenslage. Und dazu müssen wir diese Reise machen. Wir müssen aufhören, in diesem Schatten der Vergangenheit, der Geschichten, der Annahmen, der Rückschlüsse zu stehen. Und wenn wir weiterhin dort Schattenarbeit machen, dann stehen wir eben weiterhin im Schatten. Und ich, mein Coaching, ich, mein Coaching ist für die Frau, die das erkennt, die endlich auf ihre innere Stimme hört und nicht mehr versucht, irgendwie ein weinendes inneres Kind zu trösten, sondern die erkennt, hey, ich bin erwachsen. Hier ist eine wunderbare Frau in mir. Die braucht keine Masken. Die kann heraustreten. Die kann sich zeigen. Die darf sich Erfolg generieren. Die darf sich Geld generieren. Die darf sich ihre abartig-romantische Liebesgeschichte generieren. Und diese Frau habe ich aus mir rausgeholt. Und ich weiß genau, wo die ganzen Punkte sind, die dir das immer noch nicht erlauben. Und ich weiß genau, wie wir diese Punkte lösen können. Und ich bin da für dich. Und ich möchte dir helfen, wenn du ready bist, wenn du mit uns mitreisen möchtest. Es ist deine Reise. Es ist dein Commitment. Es geht nicht von heute auf morgen. Deswegen habe ich dieses grandiose Angebot. Eine Jahresreise im Moment für 6.000 Schweizer Franken. Zwölf Monate. Wir starten im Januar. Du wirst so viel mehr bekommen, als dass du bezahlst, wenn du für diese 6.000 Franken einsteigst. Das ist bei mir immer so. Ich bin all in für dich. Und wenn du all in bist, auch für dich. Dann sind wir schon mal zwei all in für dich. Es ist das Genialste, was du für dich tun kannst. Es ist ein langes Programm. Zwölf Monate. Es ist natürlich kein 1 zu 1 Programm. Aber es gibt dir immer wieder Input. Es führt dich weiter. Es macht dich auf. Es macht dich frei. Es nimmt dir diese Blockaden raus. Und natürlich, wenn du tiefer gehen willst, kannst du jederzeit noch upgraden in meine hohe Mastermind. Ein Coaching, eine Mentorin mit mir ist bodenlos ehrlich. Ich sage dir ganz genau, was in dir läuft, was in dir schwingt, was du selbst noch gar nicht weißt, wo aber deine Energie immer noch dominant ist. Und das ist das. Arbeite mit dir dort, wo die Ursache ist. Und dort transformieren wir. Und ich setze dir nicht irgendeinen Spuk im Kopf, den du noch nicht annehmen kannst. Sondern es geht in deinem Tempo. Es geht so, wie du bereit und offen bist. Und das ist eben der Zauber, dass du dir diese Zeit von zwölf Monaten nimmst und einfach sagst, Ja, ich nehme mir jetzt das nächste Jahr 2023. 6.000 Schweizer Franken ist echt ein Lacher, weil ich möchte, dass auch du dabei bist. Ich kann dir noch so viel sagen, was passiert, wie du transformierst. Aber auf jeden Fall das Einzige, was ich dir wirklich mitgeben kann. Es geht nicht darum, wie viel Geld du bezahlst, sondern es geht darum, wie viel Wert du dir selber gibst. Wie viel Aufmerksamkeit du dir selber gibst. Wie viel Energie du in dich selber investierst. Und nur diese Energie, die du in dich selbst investierst, die zeigt sich dann im Außen. Das Außen spiegelt dich, deine Qualität, das, was du wirklich zulässt, das, was du wirklich rauslässt, das, was du wirklich zeigst. Und hier geht es nicht in erster Linie um krass viel Geld zu investieren, sondern es geht darum, dich in ein Umfeld rein zu kreieren, in dem du wachsen kannst.